Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Marcel darf es erst mal heute gibt es ein neues angespielt und zwar Star Wars Battlefront Classic also das ist nicht die neue Variante, sondern die alte von 2005 lustigerweise ist das mein Geburtsjahr auch lustigerweise aber es wird immer vielleicht das geilste Star Wars geben was es gibt also würde ich sagen leben recht los, gehen rein Kashyyyk so wir spielen natürlich mit der Republik gegen die bösen Separatisten sich rein in den Flieger und Angriff Einzageee Wohin muss das Teil hin hallo achso wir spielen Captain the Flag achso ich dachte wir spielen jetzt zerstören nur schade wenn es ein Stück hat und die ist dann mit dem Schiff zerstören das ist auch cool Angriff natürlich das von 2005 das Spiel ist ist es natürlich nicht die geilste Grafik und so ist aber klar aber ich finde trotzdem hat es so geil dass wenn eines der ersten Star Wars Spiele war wo du aussteigen hast können in den Flieger reinstecken können dann hast du dann so Angriff wir werden hier dezimiert wo ist der Feind wo ist denn der Feind hin Feind Feind hallo Feind wo bist du wo sind das hier jetzt hin achso die machen uns grad platt angeht angeht äh halt die Richtung ups äh oh damm ich trifft nix komm wir beholen uns den oh ähm ähm er aber sie sich getroffen Null Pilot der Staffel Süd, bravo Kommando, nein, das war ja in der Wundenprobe, ups, hier ist die eine, die, die, hier ist die eine Staffel von Ahsoka, die ist die älteste Staffel, also keine Ahnung, ihr seht schon, die Republik hat gewonnen, werden die bösen Separatisten, dann, ich würde sagen, damit gehen wir noch in eine Bodenschlacht rein, damit ihr die auch noch mal gesehen habt, gut, ich werde schnell raus, so Leute, und jetzt spielen wir mit den Rebellen den Kampf in Hoth, damit ihr die Schlacht auch noch mal seht, und so, wir können auch hier, schreibt noch mal wer ein, doch, hier schreibt noch wer ein, ist wer eingestiegen, danke schön, jetzt können auch wirklich die Hoth-Speeder da fliegen, das ist cool, als Angriff, als Angriff, verdammt, wir waren runtergeschossen, wir haben uns bekommen, ausgespielt haben, so, mit dem Typen, der Typ ist immer cool, oh, Angriff, das ist ohne BP, damit können die auch rein, oder kann ich an die anderen rein, wenn ich so ein, von dem von dem Tode, bei einem und sie bin, jawohl, Gegenschlag. Kampfläufer müssen zerstört werden ich hole nicht mehr hütet sie verdammt wir wurden besiegt darf doch nicht wahr sein kampf für die republik angriff verdammt unser anführer ist da machten der egal nicht sicher ob ich den gut oder scheiß finden soll und werden ja aber ich möchte ja ja ich schreibe um wir würden auch für jeden typen weg mit euch geladen für kürtel kürtel ökete ich glaube nicht genug für die andere da Oh, es gibt nur Luke. AT-AT, Zerstörung! Luke, Angriff! Angriff auf den AT-AT! Der ist ein wichtiges... Er muss zerstört werden! Damit unsere Taten in Gerechtigkeit bleiben oder was weiß ich. Wir müssen ihn zerstören. Angriff. So. Er ist down. Töten wir sie alle. Oh. Huh. Also, es sind alles meine. Ups, es war auch ein bisschen falsch. Ganz gut, die falsch, als ich töten wollte. Na ja. Kann ja schon passieren, oder? Verdammt, ich bin down. Oh, schade. Oh, ich bin ein bisschen wookie. Wookie. Äh. Ich bin ein bisschen Außenposten darüber. Über Athena. Du, 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 du. möte den weg mit dir heute der welt vom fenster ja wir haben gewonnen als empfehlung obwohl vielleicht dieser tier noch mal sagen mit dem geben mit dem ende verfolge ich würde sagen es ist beim nächsten mal